Guten Morgen, Frühling! Guten Morgen, Frühling! Mein Bett ist bei Arbeitszeit abgestempelt, erledigt oder erstmal abladen. Niemals würde ich Zahlen verfälschen. Nein, das würde ich niemals tun. Aber wir haben Möglichkeiten! Wir, wir haben Möglichkeiten! Den Gehirn ist runter! Ruf! Immer schnell seinem Gegenüber anzeigen, immer schnell den Spiegel hoch und rufen, wenn ich einen fehle? Bitte, 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 ganz kurz, ich entschuldige Sie, lass mich, lass mich, lass mich! Weißt du was? Ich bin in die Treppe! Sie sind das, Sie sind das, Sie! Sie sind diese Gefahr! Sie, die Sie hier in Ihren Stühlen, in Ihrem Büro und sich immer im Recht! Wie? Ach, durfte man das nicht? Oh, ich dachte, man könnte das einfach, hat ja niemand wechseln! Nein! Man muss den Leuten einfach mal zuhören, was sie so reden. Alter! ARD Text im Auftrag von Funk